Die Schirr ist nur explodiert. Was ist das? Ich habe eine Heli da oben. Ach, das ist Gott. Mia, kannst du mit deinem Steigen. Nee, alles gut. Ich habe mich nur gewundert, wer da jetzt gerade um die Heli angreift. Ich dachte, das wäre keiner von uns gewesen. Nee, 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 ich ist zwei. Danke. Ja? Ich schieße die Raketen auf mich. Der Tornado und der andere, die sein Netflix, sind auch raus. Hä? Der braucht doch nicht nur drei Raketen. Niemals. Gestern hätte er keine Ahnung, wie viele ausgehalten. Wo ist der Penner? Der muss irgendwo oben stehen. Ja, auf dem Gebäude neben dem Parkhaus am Flughafen. In der Mitte von den zwei Alleen da. Weißt du, was ich meine? Nee. Oh, ja. Naja, schiebt ein Schauspielsgewehr auf mich. Ich weiß noch nicht, woher. Ja, ich weiß, ich habe ihn schon. Er ist hier oben. Ich weiß, wo der neun hier stehen. Schiebt der Parkhaus oder? Hä? Ach, der steht daneben, irgendwo, ja. Okay, ich lasse. Und Tower oder so steht der, glaube ich. Oh, nein, habe ich. Nein, habe ich. Oh, mit Orbitalkanone. Ach, du Loser. Das ist nicht ganz so. Kann der Instant direkt nicht? Also, wenn der keinen großen Money-Click hat, dann kann er jetzt eh nicht noch mal in einer Stunde erst wieder. Nein. Oh, ja. Ist ein Cheater. Ist ein Cheater. Ja, mein Cheater in der Lobby. Okay. Alter, wo ich gespawnt bin. Bin mitten in der Stadt gespawnt. Ah, perfekt. Legt mich doch mal auf. Nee, danke. Halte selber sauber. Nee, der Hunde. Die einzigste Kruste, ich mag es am Boden. Oh. Diese Darstellung einfach. Schön, war und klusiv. Ich weiß, klick. Der leckte, dass ich uns eigentlich dieser Looter-TV, der nicht gerade erledigt habe. Der Looter-TV und Tox. Ja, der Looter-TV hat mich gerade angegriffen. Ja, der Looter, das ist der, der vorhin mit den Raketen auf Dings geschossen hat. Den habe ich dann getötet. Auf den Heli von... Auf den Tox. Und der nächste... Gut. Es fällt jetzt die Cops, die ich geholt habe. Ja, die Looter habe ich mir gerade geholt. Und den anderen habe ich mir auch gerade daher geholt. Den zweiten davon. Tox habe ich. Hm. So was hier sollten wir ruhig öfter mal machen, weil da können wir wenigstens zusammenarbeiten. Du hast gesagt, der Looter, der hat... Was ist das Schaden jetzt aber gerade? Äh. Verpillst dich doch mal, du Scheißgott. Und auf der Hinterstelle steht schon wieder einer von denen. Der will jetzt gerade so ein bisschen... Ja, im Kreiselverkehr ist, glaube ich, der Tox noch. Hm, ja, der war dann... Wie gesagt, der andere hat jetzt nochmal mich angegriffen und zweimal da ziemlich böse bereut. Scheiße, ich dachte, ich kriege den noch. Der hat auch nichts mehr gehabt. Den kannst du so wegatmen. Also jetzt bin ich ja irgendwo mitten im Flughafengelände gespornet und komme doch nicht mehr raus. Oh, von der ist nicht hart, komm, ne? Ja, jetzt bin ich jetzt sehr umständlich. Ah, da ist nicht hart. Ah, da ist nicht hart. Ah, da ist nicht hart. Schätzelein. die sind im heli die sind direkt kopfseiter die fliegen aber weg die fliegen nicht auf uns zu die feiglinge schade oder vielleicht doch jetzt sagen sie es sogar irgendwie gegenseitig warum auch immer also scorpion das ist fendrico ich dachte das wären die die waren aber auch im mini ja ich weiß nicht ich wollte ihn ja abschießen dann sind da rausgesprungen den 1 ab jetzt auf dem dach eliminiert genau den soll ich mir auch kurz den anderen haben sie da hier richtig bock junger die waren das kann ich auch so das ist unsere zeit gerade abläuft wir haben nur noch eine halbe stunde ja aber das war ja ziel das wollen wir ja machen die zwei typen sind wieder da die grünen die grünen haben ihr cardio beendet perfekt er ist hier beim hangar der ist tot ich gucke mal gerade aus ob der eine was macht ich stehe in der raketen geschossen war mir klar ich habe die waffen weggepackt schon wieder nur zwei raketen das ding hört doch viel mehr aus was hat der denn für raketen ist das denn was ist was das knallt hier so rum ich markus knallt ja ja manchmal was weiblich ist ja genau was mehr er was will ich ja sagt ja nur mit raketen ja mit deinem platz patroon ich komme gerade nicht rüber das meine ich gucke der ist jetzt direkt neben mir gestorben ich weiß kann man da will be taktig kanone hält aber die füße stiller ich bin schon wieder auf dem flug auf die linke gerade rausgekommen und bin ja da war ich auch hier weichen hanker ja wahrscheinlich auch oder na dann ist es mein an ja es ist nur blöd weil es meine ewigkeit dauert bist du wieder wie raus bist na ja das wollen wir nicht mehr jetzt auch da macht selber machen mal irgendjemand von euch einen auf der keinen hangar jahre Ich will eigentlich HVD Boah, scheiße Wer? Die Drecksgrün, Alter Der Scheiße, die Junge Dass der durchgehend schießen kann, das ist so OP Ja, das ist einfach nur overpowered Das ist so dämlich Ich kenne keinen Helikopter, der keine Ahnung, welche Raketen hintereinander komplett durchschießen kann Der ist raus Jetzt wollte ich gerade zu dem hinfahren, da wird der getötet Ist doch wieder außerhalb Hm, und wo? Er hat das Spiel verlassen Damit sind unsere beiden Opfer weg Ach, da ist der Hacker Und das ohne Kosten wahrscheinlich, ja? Na, frozen money Sonst geht's nicht Das ist einfach nur eklig Das sind die wahren Loser Und das, liebe Leute, ist ein Zeichen, wie man allen anderen zeigen kann Dass man einfach nichts drauf hat Kein Leben hat Und ein Loser ist, ja? Zitat bei Marco So Jetzt wollen wir uns ein paar neue Leute suchen, die wir ärgern können Ja, ich frage jetzt wer, aber das Aber gut, der looted, ne? Der hat noch ein bisschen, der hat noch nicht genug Der hat eben schon ein bisschen provoziert Wissen wir überhaupt? Okay Na, der hat eben schon versucht, ein bisschen Stress zu machen Ich guck gerade, wer ist Er gehört jetzt mit ins Krieg frei Das ist das, was gerade Dings gesagt hat Ich bin verliebt, was er gerade gemeint hat Das ist der Cheater, der jetzt die ganze Zeit Opital kann und schießen kann Obwohl du normalerweise damit einmal schießen kannst Und dann dauert es eine Weile, bis du wieder Eine Stunde dauert Und die kostet eigentlich auch nochmal Das ist sehr viel Geld Eine halbe Million bis eine dreifache Million Welcher von denen ist denn das? Der Bipolar Wer? ZX Bipolar XZ Level 5 ist der Der ist verschieden Der ist level noob, level cheater, level modder, level scheiße im Kopf, level, äh, ich kann nichts, level, ich hab kein Leben, level, äh, der steht da oben, nur in seiner Hütte Nein, der ist in seiner Basis Du kannst Opital-Kanonen, äh, von der Basis aus abschießen Kann ich mitfahren? Kann ich mitfahren? Ich hab' mir gerade Mich hat gerade der ZZ Pro Gamer eingeladen Äh, sollst du nur zu mir Ich fahr jetzt gerade hier mit dem Typen durchgegeben Der bringt mich hier zu dir, Trikot Ich glaub' ich zumindest Keine Ahnung, ich fahr' zu meinem Eli Oh, du bleibst doch schon, ich hab' noch mal stehen Warte, du bist heute Wir können ja auch bei dem Handel da Aber dann, äh, Ach, wie soll er auch wieder kam? Warte mal Nein, kannste nicht mal Er ist in der Basis Warte mal Ich guck's dir mal mal da hin Oh! มse Ich finde du Kommt, du dreckiger Loser, Alter. Nur wie deine Mutter dich auf den Kopf einsetzen. Jetzt hat er das Spiel verlassen. Ja, wir haben ja auch gekickt. Okay. Aber ja, zum Rausschluss angegeben. Warum, warum, jetzt habe ich mich vor dem Typ, da ich die Gegend fahren lasse, da wo er hinfahren lasse, seid ihr weg. Wofür wir treffen uns denn jetzt nochmal? Ja, wir haben hier nicht mehr lange Zeit. Nee, egal, sagt ein Ort und Pfeilchen. Ja, wir müssen es damit auch einmal zusammen treffen. Cool. Hä? Wofür Park. Kann man machen. Warte mal, wo war denn der Wofür Park nochmal? Da, wo das grüne Zeichen ist. Warte ab. Das heißt, grüne Zeichen, wo genau meinst du jetzt? Es gibt nur ein grünes Manicke. Alter, die Drecks-NPCs. Ach so, diese Geile. Ja. Ich schwöre, wenn das weiter so geht, spiel ich nie wieder. Geht der. Rockstar, jetzt muss man es schafft, die NPCs richtig zu programmieren. Wo ist der andere Penner? Gar nicht mehr drauf, ha? Ja. Der, der jetzt mit an mir herkommt, der habe ich hierhergefahren. Also den einfach mit Rollers-Mitte. Ach nee, der fällt jetzt noch auf, das ist auch okay. Guck mal, der ist nackig. Nackiger Alien mit Brüste. Guck mal, der ist nackig. Guck mal, der ist nackig. Kommst du her, Enrico, oder? Ich bin nicht der schnellste, mit dem Ding. Oh mein, gerade die Sterne wäre gekauft, Alter, ich kotze. Guck mal, der ist nackig. Ich hoffe, ich war einfach weg. Guck mal, der ist nackig. Guck mal, der ist nackig. so wenn jetzt mal da ich kann gar nicht kommen ich hätte ihn damit haben gepasst auf eine lkw da hinten wir können noch ein deathmatch machen zehn minuten dann laden wir hier ein paar leute mit einer lobby ja machen wir so kommt auf dem fest einfach kommen das wäre cool Untertitelung des ZDF, 2020